So, ich bin jetzt schon früh morgens unterwegs, Alter. Halb zwölf. Paket abholen. So, Holger, du Arschloch. Ich hab deine Tipps übernommen. Bist ja der Tippmeister. Sollte jetzt hier, der Schein nicht kommt, schuldest mir 80 Euro. So wird's sein. So, zwei Pakete soll ich abholen. Beide Pakete sind nicht da. Also, da leck mich doch am Arsch. Was ist das für eine Scheißquote? Zwei Pakete abholen, weil ich Zettel im Briefkasten habe. Beide Pakete sind nicht da. Also, da könnte ich jetzt schon wieder im Strahl kotzen, ne? Und dafür bin ich extra um High-F aufgestanden, Digga, damit ich auf jeden Fall pünktlich noch vor zwölf Uhr in der City bin. Ich glaube, ich fahre nach Hause und nehme mich einfach wieder schlafen. Digga, der Stuhl hat auch schon die besten Tage hinter sich, aber ich kann mich einfach von dem nicht trennen, Alter. Ich versuche die ganze Zeit, mexikanische Cola zu finden online, Digga, zum Bestellen. Ich habe auch eine Seite eben gefunden. Ich glaube, 24 Waschen für 90 Dollar. Hat mich übelst gefreut, Digga, bis ich dann auf Versandkosten geguckt habe. 550 Dollar Versandkosten. Bruder, kommt irgendjemand von euch aus Amerika und kann mir mexikanische Cola schicken? So sieht das dann aus. 724 Dollar Versand oder 1189 Dollar Versand. Moin. Kleiner Funfact. Von den Ketten lasse ich jetzt 10 anfertigen in Silber. Acht Stück werde ich verlosen hier über Instagram und zwei Stück werde ich im Livestream dann verlosen. Samstag 15.30 Uhr ungefähr Gerätzeit. Bundesliga-Zeit. Urensohn-Zeit. Ich habe so viel Liebeskummer und gehe deswegen jeden Tag zwei Mal trainieren-Zeit. So, während ich hier fast einpennen, muss ich eines kurz sagen. Hört niemals auf Holger seine Tipps. Das ist der unfähigste Tippmeister, den es gibt. Das ist der so ein Stück Scheiße, Junge. Wem willst du aber das auch erzählen, ne? Zwei rote Karten für Dortmund. 1-3 für Schalke, Digga. Das war's mit der Meisterschaft. Zwei rote Karten, Junge. Also, nur ganz kurz. Der Junge-Mann nennt sich Tippmaster. Piss dich, Junge. Und er hat heute alle Spiele falsch getippt. Alle. Nicht ein Spiel richtig. Nein, es interessiert niemanden. Du bist schlecht. Also, falls ihr... Wie er schon lauert, der Urensohn. Stell dir jetzt einfach vor, ich bin Jappi gerade. Verpiss dich. Verpiss dich, du Urensohn. Soll die Scheiße, Alter. Also, Holger ist der schlechteste Fußball-Tippgeber, den es gibt. Falls ihr mal vorhabt, auf risikoreich 100 Euro bei Tipico zu setzen. Aber ihr wisst im Vorhinein schon, dass das Geld weg ist. Dann fragt einfach Holger nach dem Tipp. Ja, ist so. Das Gesicht steht für schlechte Tipps beim Fußball. So, kleiner Hinweis nochmal in eigener Sache. Die Get-On-My-Level Classic Cap ist wieder am Start. Wie viele andere Produkte auch. Viele Sachen waren ausverkauft. Ist jetzt wieder sehr, sehr viel vorrätig. Einfach nach oben wischen. Etwas bestellen. Gratis Poster abkasten. Oder beim Bestellwert von über 50 Euro noch eine gratis Bauchtasche bekommen. Freunde, einfach nach oben wischen. Ihr braucht bestimmt noch ein Ostergeschenk. Ja, Moin. Die Tür ist einfach zugefallen. Läuft bei ihm, Digga. Wir haben doch ein Ostergeschenk. Bloß Sieg, Digga. Geưởng Th brought in系. Untertitelung des ZDF, 2020